Ganz gemäß dem Motto Young Rebels stürme jetzt einmal die Santa Rosa High School, wo heute unser Denim-Shooting stattfindet. Kommt einfach mal mit! Guten Morgen! Hi Sascha! Ich bin der Wichtigste hier am Set. Genau, denn Sascha macht alle hübsch. Vielleicht erzählst du das selbst mal, Sascha, was du hier eigentlich so machst. Die Mädels passen zur neuen Tom-Taylor-Mode. Wir sind ja hier im Schulgebäude und da machen wir das Ganze jetzt so ein bisschen preppy Campus-Style. So, jetzt sind wir hier im Fitting Room. Ich zeig euch mal, wie das Ganze funktioniert. Mira dresst jetzt hier unser nächstes Outfit mit Tyree zusammen. Wir haben ein ganzes Sofa voller Gürtel, Schuhe und Co. Da seh ich dann immer ganz genau, was da vorne passiert, wie letztendlich das Bild dann wirklich auch aussieht, wie es geschossen wird. Jetzt machen wir hier unseren Bubble-Gun Shoot. Teilweise gibt es schon fleißig. Seht ihr, was ich sehe? Zeit, nach Hause zu gehen. Schwule aus! Das war unser Kampagnen-Tagebuch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Los geht's! Bob Taylor! Ja! Yeah!